der hier ist es also gut kai wehe das klappt nicht ja und das sind keine kops sie kommen wir kriegen nach dem nachtisch durch die position und teilte sie wie gefällt ihr dann erst der tag in freiheit die eignen hast du das hier mir ist das hier lieber da kommen sie und Bis zum nächsten Mal. Was steht mir jetzt hier? Fuck! Tja, wir leben. Gute Arbeit, Mendoza. Ja, als Kapp lernt man so einiges. Übrigens, ein halter Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach, hat's ihr gesagt. Ein Kinderspiel und so. Aufpassen! Nehmt ihr das nicht! Ne! Oh, fuck! Oh, fuck! Johnny! Warte, ab los geht! Kieler! Das war's. Was ist das? Sie leben noch! Scheiße! Wir müssen los! Da drüben! Mendoza, pass auf! Ich pass auf! Ich pass auf! Ich pass auf! Der ist ganz frei, Scheiß! Da ist er! Vorsicht! Vorsicht! Wer ist das? Dein schlimmster Alptraum! Ich würde ihn nur sagen... Jo, Digger! Wollen wir? Nix wie weg hier! Los! 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 Schießen wir uns weg! Meck! Wir drüben! Verdammt, was für ein Theater! Kai, wir haben die Datei! Wir kommen! Langsam! Erst müssen wir Boomer finden! Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kanks Schopfer! Nicht weit weg! Wie ihn kann ich die Datei nicht lesen? Kai! Die Typen vom Autohaus! Sie sind noch da! Ihr wollt euch doch Doors vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt! Kapiert? Okay! Überstanden! Wir melden uns! Was die Lady will, kriegt sie auch! Au! Weiß er, haben wir so ein bisschen getan, oder? Der geht! Okay! Ralt hier an! Dann suchen wir diesen Boomer! Die Ace! Die Ace! Gibst du mir Deckung? Okay! Das rief vor aus, ob wir Deckung geben! Mindestens fünf oder sechs Typen! Vermutlich auch einer Larger! Wie sollen wir vorgehen? Aufschärfen! Ich glaube, wir sind los im Kreis herum und wir nehmen was! Was ist das? Okay, okay. Nein, ich rauche nicht. Ich bin in einem Büro. Soll ich denn da bitte rauchen? Schön. Wir gehen zu Busan. Ja. Gieß mir für die Latte, was du jetzt sagt, von wegen reservieren. Es ist okay. Was ist schon mit der Nacht hier nichts los? Mach dich mal langsam färbel. Ich hole dich dann ab, okay? Okay. Du kannst dich doch auch ohne mich anziehen. Du findest schon was netter. Gut. Ja, okay. Okay, wir sind jetzt noch ein bisschen. Okay. Oh, das ist nicht so, dass wir uns da oben sehen können. Laufende Versuchungsschraubplatz, Beweise und Material gefällt mir bei dir. Also irgendwie kann ich hier irgendwas zum Explodieren bringen, aber folge ich nicht vor. Knallt ihn ab! Knallt ihn ab! Los! Da drüben ist er! Da drüben! Das war jetzt auch nicht so geil, ne? Nein, das ist alles schon in Ordnung. Oh, der ist das schon richtig. Ich bin ja noch nicht in Ordnung. Da ist das auch ein Charakter. Also, das ist ein Charakter. Das ist ein Charakter. Das ist ein Charakter. Das ist ein Charakter. Oh, ja, ja. Oh, das hat mich noch gesagt. Er will, dass ich mich um den Kram kümmere. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch, dass ich die Beförderung kriege, oder? Okay. Nein, ich glaube nicht. Ich bin in meinem Tumor. Soll ich dir das bitte raus? Boone, Boone. Marcus Boone. Er hat den Bängel hineingestellt. Bleib so, du bist. Okay, cool. So habe ich Handstellen drüber. Langsam schwärmen. Gut, ich kann ab, okay? Du kannst dich doch auch ohne mich anziehen. Du findest schon was Nettes. Ausschwärmen, los! Der hat's hinter sich. Raus, hör. Die Tür kümmern, Mann. Seht da drüben nach. Keine Ahnung. Wenn kein Glas rausfindet, packt er dir in die Hände ab. Ich weiß von gar nichts. Und ich will's auch nicht wissen. Ich mach nur meinen Job. Schau dich um! Und zwar genau jetzt. Also halt deine Klappe und mach's genauso. Da sind wir ausnahmsweise. Sucht überall! Los, sucht sie! Habt ihr da schon nachgesehen? Halt! Was? Keine Bewegung! Okay, cool. Ich will keinen Stress. Hey, was? Okay, okay! Hey, ruhig! Okay, ganz! Was? Halt! Ja, das wollte ich alles verhindern. Scheiße! Da stehen noch zwei. Kacke! Da hab ich nichts zu sehen. Da kann man doch irgendwo. Ich weiß nicht, warum ist der Alarm nicht so gut mit mir. Das ist nur rechtzeitig. Dann ist es nicht so gut. Ja, ich denke, ich bin gar nicht. Hat er sich erwischt? Keine Ahnung. Hey, sohne, jemand hat das Auto aus dem Bein. Gut. Wir haben eben schon viele Autos. Vielleicht sind wir die nächsten? Ja. 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 Oh, ja, ja. Hey, das hab ich doch gesagt. Er will, dass ich mich um den Kram kümmere. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch noch die Beförderung kriegen, oder? Okay. Nein, genau. Was ist er aus dem? Wir sind ein Büro. Könnt ihr da bitte raus? Nein. Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist. Mann, die spielen echt mit dem Feuer. Keine Ahnung, was die... Schaut euch um. Da drüben nachsehen. Hände hoch.